Dies ist das Nubwo N7 Headset. Dies ist das Epos Sennheiser GSP600. Dies ist das Nubwo N7 Headset mit Hintergrundgeräuschen. Ich höre sie noch recht deutlich, weil das halt nicht so gut abgeschirmt ist. Und ich bin mir sicher, sie werden auch auf der Aufnahme zu hören sein. Dies ist das Epos Sennheiser GSP600 mit Hintergrundgeräuschen. Ich selber kann sie kaum hören, aber in der Aufnahme werden sie wahrscheinlich auch zu hören sein.